Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch Ja, ihr habt euch ja für Blair Witch entschieden, nicht für Amnesia Was ich vollkommen in Ordnung finde, mir ist es eigentlich ziemlich egal Und deswegen spielen wir heute das ganze mal an Gucken mal was denn hier so abgeht Gucken mal was denn hier? Gucken mal. 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 Erla? ja so jetzt geht's los kein zurück mehr okay komm honey okay was was geben wir die für eine wo bist du auch hier ja okay wir rufen kurz unsere freundin wahrscheinlich ist das glaube ich an ich kann mein freund nicht nehmen ach so ich muss das hohe talkt nehmen ich spaßte okay setz to and call was the base do you copy joining the search party sir we're to help it's all there is to it pull it's with me if he catches the scent he'll lead us straight to the kid ja genau und ich bin auch schon jetzt schon ein bisschen Paranoia unser Hundi immer so ein bisschen links und rechts läuft und da höre ich das manchmal auf dem rechten oder mehr und manchmal auf dem linken ist das hier Absperrband okay wenn du was geben wir denn ihm für einen Namen jetzt das könnten wir wie heißt du denn wo ist er jetzt ach so er ist auf jeden fall fröhlich und munter weiß noch nicht was ihm blüht ah er heißt schon dein Name er heißt Ballet oder was das ist Ballet your right hand dog okay der wird unsere mentale zeugs halt helfen oh nice dann können wir auch noch mit ihm also dass er bei uns bleiben soll das erwarten soll sagen dass er was falsch gemacht wird suchen und und so weiter okay aber das ist das ist cool das ist cool ach so klug sieg such ja nice und jetzt können wir zum beispiel auch sagen stay und dann bleibt er hier dann können wir wieder sagen stay close stay close oder ach hier können wir glaube so können wir so ein bisschen mit ihm spielen oder genau und ihn streicheln aber diese zunge von den von den hunden immer so ja das ist der ich du bist jetzt close oder hoch hier heißt glaube ich einfach bei fuß oder das ja aber manchmal sieht man ihn auch nicht aber manchmal sieht man ihn auch nicht so ja ja ich habe gesagt es war nicht ein Rackoon ja aber unser handy hat gepiepst oder sie oder war das oder oder war das ja okay ähm hundin äh wir sehen ach hier ja komm her komm her wir gehen erstmal hier oben durch komm her er hat hier scheinbar verschiedene wege und wir laufen einfach random rum ich strukturiert halte ich nicht so viel von hehehe oh hier sind kleiner see guck mal höh ich konnte gerade mit irgendwas hier liegt irgendwas hier liegt irgendwas hier kaffee 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 warte mal wir können hier kurz sagen er soll kurz hm woher bist du denn kann ich jetzt kann ich mir nichts mehr sagen ah doch jetzt nein nicht ach oh god das kann noch eine lange reise werden haha genau ein bisschen streicheln muss ja auch sein so und jetzt und jetzt such findest du irgendwas hier weil hier liegt dieser kaffee nix doch ok also er hat eine Spur auf jeden fall du weißt schon dass es hier zurück geht und da kamen wir aber er ist jetzt der chef für kurze zeit hier ok also er hat auf jeden fall eine Spur aber er war ich glaube ich nicht so ganz ach egal komm dann gehen wir halt mal hier durch bin ja gespannt wie sich das zeigen wird dass es ein Horrorspiel ist ob plötzlich auch einfach eine andere Person hier ist also ah das ist nass ich dachte schon ähm also die Hexe die Witch ich würde mich doch das Kind ich weiß sie nicht naja wir laufen jetzt erstmal hier noch so ein bisschen die tiefen Wald hier und suchen wir noch so ein bisschen oh wei würde hat sich was bewegt nein oh bleib doch hier ist irgendwas aber das wird zu Eis okay warte mal stay close bullet genau bleib schön bei mir ne ne ok es ist doch nicht alles okay warte mal dann 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 such mal such aber so aggressiv gegen diesen Busch irgendwie hast du was raubst ok dann ördan genau stay close bitte ha verleiten wir das ganze bisschen Sicherheit Sollen wir... Oh, das bist du. Sollen wir einfach mal Queerfield ein? Okay, nee, das geht wahrscheinlich gar nicht. Aber wir sind so ein bisschen an die Wege angewiesen. Aber es ist eigentlich ein schöner Wald. Noch. Nicht mehr lange. Ich habe eigentlich schon wieder in einem Wald verlaufen. Ah, okay. Danke für die Info. Wir müssen wirklich auf dem Weg bleiben. Komm. Krähen, okay. Warte mal. Geh mal hier hoch. Ich finde hier wieder irgendwas. Das sieht... Warte mal. Das ist doch irgendein Bein. Komm. Genau. Bullet. Such. Nein. Ich sagte doch, such. Oh, oh. Ja, du bist... Ein Fein hier. Warte, warte. Such. Genau. Findest du irgendwas? Weil hier liegt, glaube ich, ein Wald. Oh ja, er hat was gefunden. Das ist cool, dass wir mit dem Hund so interagieren können. Oh. Oh. Geh es. Geh es. Geh es. Geh es. Ich kann hier gar nicht rein. Oh. Oh. Komm, komm, komm. Was hast du gefunden? Lass mich es dir sehen. Ja. Ein guter Hund. Geh es. Oh mein Gott. Geh es, buddy. Jetzt ist nicht die Zeit. Ah, ok. Wollspiel. Das ist doch der Hut von dem Jungen. Oder nicht? Baltimore Crows. Das ist Peter's Katt. Ja. Ein guter Hund. Wir müssen hurry. Kannst du den Sinten folgen? Ach so. Ich muss ihm jetzt zeigen. Komm hier, boy. Sniff. Good boy. Now show me Alice to base. I found Peters Katt. You, you did. Oh, great job, Alice. Hey, Hundi, Hundi, warte doch. Ich kann nicht rennen, irgendwie. Negative. Bulli picked up a cent. I'm not risking him losing it. Keep posted. Over and out. Okay. Er hatte schon wieder was gefunden. Oder er verholgt die Pferde. Okay. 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 Bulli. Wait up. Oh. Nein. Autsch, das ist so weh. Okay, wir sind irgendwo runter gefallen. Scheiße. Bulli. Bulli. Wieso habe ich Herzklopfen? Muss ich hier davon rennen? Das ist so weh. Adrenalin. Wo ist er denn? Bulli. Nein. Nicht jetzt. Oh. Oh. Oh, wir waren in Panik. Warte mal. Wir callen kurz die Leute. Oh, wir waren in Panik. Warte mal. Wir sind wahrscheinlich auch im Dings. Scheiße. Sind wir jetzt tot oder? WTF. Was war mit uns los? Ich höre ihn, ich höre ihn, ja, oh, hi, okay, okay, das überlebe ich nicht, ja, Zeigen mal, was du drauf hast, und die, in Minecraft könnten wir eigentlich auch einen Hund holen, aber das ist jetzt nebensächlich, oh, warte kurz, Ballet, oh ne, ich wollte, ups, ich hab geliehen. Prozent Egal okay Show me the way ich weiß nicht ob das gut ist hier zu sein wenn ich ehrlich bin oder Ballet mit Bullets würde Nebel und diese Reiste die das Stilte der Ballen vielleicht sollten wir kurz die Taschenlampe von ihm bringt die schon was in so ein bisschen das ist mit dir was soll mit ihm los mir wie wirkt das ganze nicht so geheuer um gut komm wir spielen kurz gut genau feiner junge gib gleich vielleicht auch noch so ein oh nein da wird doch jetzt safe ganz ruhig und ich muss mich jetzt konzentrieren ich gebe hier meine Arbeit nach was ist jetzt los äh Alice maybe you should no I'm fine I'll deal with it I just need a little more time Alice what you need is help I could have managed Alice I can't do this anymore what what is it this time what I wasn't smiling enough didn't say I love you for five fucking minutes Jesus Christ Alice do you even hear yourself yeah I can hear myself just fine and I can see the way you look at me like I'm a fucking loser you know sick little puppy for you to look after oh hi Alice get over yourself Alice be a man for once oh yeah there it is there it is I hope you can figure it out Alice I hope you can finally forgive yourself I tried to help you but I just can't be around you anymore go ahead get out leave me the fuck alone come on be a man Alice you got my message you uh want to see me sir better yet I want to introduce you to someone bullet meet your new partner he's been through a lot just like you what sir I can't what you got something else going on right now just take the damn dog Alice yes yes sir what did I did I pass out how did it end up back here let's see what's on it okay yeah it passt we'll see a minute we'll see a little bit Und mit seinem Auto gespielt, oh. Das war's. Okay. Interessant. Undi, wir... Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Was ist das hier? Das kann ich nicht mehr. Nein, das ist ein anderer. Ich habe zu viel Zeit in ihren Händen. Ja, schau mal. Hier können wir schon mal schlafen, oder was? F.M. 2176. F.M. 2176. Great. Erstens ist die größte, ist es nicht? Kommando. Sieht ausvermacht, aber relativ neu. Wahrscheinlich nicht etwas, was ein 9-jähriger kann. Komm. Wir... müssen... Oder wir gehen mal weiter. Müssen hier beweisen nachgehen. Okay, aber scheinbar hatten wir uns ja nach der Katze nicht so gut mit unserer Frau verstanden. Aber wir sind schon mal noch mit ihr zusammen. Weil sonst würde sie uns wahrscheinlich nicht einfach random anrufen und fragen, wie es uns geht. Und so... Was ist das? Was ist das? Kann man eigentlich die Videokamera auch verwenden, jetzt? Ja. Ja. Oh Gott, ich sehe ja nix. Toggle, nein. Kann ich das hier? Aufnehmen? Okay, nee. Ja, Honey, ich weiß, es ist nicht schön. Ich wollte es aufnehmen, damit wir irgendwie Beweise haben. Komm, wir spielen ein bisschen. Komm. Ja. Ja, wir hatten ja da auch den Hund bekommen, als wir den Job als Officer angenommen haben, scheinbar. Oder aus, ähm, keine Ahnung, einfach als Polizist oder so. Und ja, jetzt haben wir hier quasi eine neue Mission. Und wir sind jetzt hier mit Hundi und wir haben ja vorhin in der Kamera gesehen, irgendwas ist passiert. Und man hat nicht wirklich gut erkennt, was. Das ist creepy. Ich hoffe nicht, dass die Taschenlampe schon schwächer wird. Perspektive, dass die Akku verliert. Und das wäre nicht so praktisch. Also ist das wie Slender. Nur ein gut. Nur ein noch besser. Stellt euch vor, Slender mit dieser Grafik hier, dann wäre Slender gar nicht mal so schlecht. Also Slender ist ja nicht schlecht so, aber es wäre viel besser, natürlich schonweise. Weil die Atmosphäre einfach viel mehr da ist. Also ich bin gespannt, wann wir das erste Mal auf die Hexe treffen. Oh lol, ich nehme hier schon wieder extrem lange auf. Okay, Leute. Äh, ich hoffe, ich kann hier speichern. Kann ich hier? Speichern? Ich nehme an. Sonst werde ich halt die nächste Folge auch gerade aufnehmen. Das war's mit dieser Folge. Oder respektive mit der ersten Folge Blair Witch. Ja, wie fandet ihr's? Schreibt's unten in den Kommentaren. Ähm. Ich und Hundi sind jetzt over and out. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020